Was gibt es da für Angebote? Was ist überhaupt genau Auslandskrankenversicherung, Reisekrankenversicherung, internationale Krankenversicherung? All diese Fragen wirst du dir sicherlich stellen. Du hast vor, dauerhaft ins Ausland zu gehen. Entweder als Auswanderer, als digitaler Nomade, als Expat oder als Weltenbummler, egal wie. Du möchtest längerfristig, mittelfristig für eine bestimmte Zeit ins Ausland gehen und fragst dich vor allem eine Sache, was mache ich mit der gottverdammten Krankenversicherung? Kann ich meine Krankenversicherung behalten? Reicht die Krankenversicherung in meiner Kreditkarte? Was gibt es da für Angebote? Was ist überhaupt genau Auslandskrankenversicherung, Reisekrankenversicherung, internationale Krankenversicherung? All diese Fragen wirst du dir sicherlich stellen. Keine Sorge, du wirst hier jetzt von mir einen Guide bekommen, wo ich dir all das erkläre, auf was du achten musst, was wichtig ist und wo du vor allem auch die wichtigen Quellen findest, wo du alles finden kannst. Wenn du natürlich gleich sagst vorweg, boah, das ist mir jetzt eigentlich zu viel. Ich sehe schon, das Video ist extrem lang. Ich möchte jetzt eigentlich gar nicht alles zuhören. Ich möchte einfach nur wissen, was ich machen muss. Auf meine ganz spezielle Situation runtergebrochen. Vielleicht sagst du auch, meine Situation ist besonderer als die von, ich sage mal, normalen Auswanderer, normalen digitalen Nomaden. Ich brauche da auch wirklich professionelle Hilfe. Keine Sorge. Du kannst aber gleich die Abkürzung nehmen und einfach mit uns komplett kostlos sprechen. Keine Versteckkosten werden dir irgendwie später draufgehauen. Und das Ganze zur Best Price Garantie, also der garantiert günstigste Preis für die angeborenen Produkte, den findest du bei uns. Du findest einfach hier einen Link, wo du dir einfach ein Beratungsgespräch einfach buchen kannst. Und dann siehst du halt alles, was du dafür brauchst. Und du kriegst wirklich einen individuellen Berater, der deine Situation ganz speziell durchgeht, der dir alles zeigt. Und dann kannst du eben einfach ganz unverbindlich entscheiden. Wir kannst aber ansonsten auch gerne auf www.grenzenlos-sicher.de schauen. Auch da kannst du dir einfach einen Termin machen. Aber fangen wir für die unter euch an, die sagen, nee, ich möchte mit keinem sprechen, ich möchte das selber machen. Ich brauche nur die Infos, auf was ich alles achten muss, damit ich hier auch alles richtig mache. Und vor allem auch garantiert, nicht zu viel zahle und auch wirklich die günstigste mit allen Rabatten, die es gibt, internationaler Krankenversicherung oder Krankenversicherung für dein Vorhaben findest. Erstmal vorweg, wer bin ich eigentlich? Mein Name ist Robin. Ich bin Gründer von Grenzenlos-Sicher. Wir sind unabhängige Versicherungsexperten rund um das Thema der internationalen Krankenversicherung. Wir machen also wirklich nichts anderes. Ich und mein Team, also wirklich tagtäglich beraten wir Leute komplett im deutschsprachigen Raum, was gibt es eigentlich für ihre Situationen zu beachten für die Krankenversicherung. Wir blicken hier bei den letzten drei Jahren auf über 8.000 durchgeführte Beratungen zurück. Und wir können auch gerne mal auf Proof & Expert vorbeigucken, Trustpilot Google, mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,96 Sternen. Und von 5 machen wir das, glaube ich, auch relativ erfolgreich. Und als allererstes musst du dich fragen, was brauche ich eigentlich für eine Auslandskrankenversicherung? Weil Auslandskrankenversicherung, das ist nämlich nur der Überbegriff für eben verschiedene Krankenversicherungen, die im Ausland gelten. Man erscheint hier eigentlich zwischen drei Stück. Das ist nämlich einmal die kurzfristige Reiseversicherung, die längerfristige Reiseversicherung und die internationale Krankenversicherung. Also die kurzfristige Reiseversicherung, die gilt für bis zu acht Wochen. Das ist die Krankenversicherung, die ihr meistens bei Kreditkarten habt. Ihr könnt die euch aber auch so auch holen. Die kostet dann 10, 11 Euro im Jahr. Das ist extrem günstig. Zählt aber auch nur für acht Wochen, wenn ihr euren Heimatland verlasst. Das heißt, die ist wirklich sehr eingeschränkt. Das sind nur Notfälle abgesichert. Das ist eigentlich eher die Auslandskrankenversicherung für Menschen, die eben, keine Ahnung, angestellt sind oder für zwei-, dreimal im Jahr für nicht mehr als acht Wochen in Urlaub gehen und dort eben einfach im Ausland einen gewissen Versicherungsschutz brauchen. Die längerfristigen Reiseversicherungen, die sind ähnlich wie die. Auch die gelten nur im Ausland. Es gilt auch immer die Zeit, dass man raus ist aus dem Ausland. Es gilt auch nur der Notfall. Man hat eben keinen Heimatschutz. Die kann man aber abschließen für bis zu fünf Jahre. Die meisten gehen zwei bis drei Jahre. Es gibt für einzelne Anbieter, die gehen bis zu fünf Jahre. Auch da haben wir übrigens ganz viel auf unserem Kanal auf YouTube. Robin Lerch grenzenlos sicher findet ihr ganz, ganz viele Infos. Übrigens auch dazu, falls ihr da mal ein bisschen mehr zu der Reisekrankenversicherung wissen möchtet. Sie versichert auch keine Vorerkrankung. Ist aber für Leute geeignet, die einfach mal ein Jahr auf Weltreise gehen wollen oder vielleicht auch zwei Jahre auf Weltreise gehen wollen. Die sich ziemlich sicher sind, dass sie nach zwei, drei Jahren zurückkommen. Für diese sind diese Reisekrankenversicherungen perfekt geeignet. Sind nämlich vor allem sehr, sehr günstig, weil die nur für bestimmte Zeit gehen. Nicht ganz so günstig wie diese kurzfristigen. Wir reden hier aber vielleicht von, ich sag mal, je nachdem, wie alt ihr seid, etc., wo es hingeht, zwischen 30 bis 100 Euro im Monat. Das heißt, es ist also wirklich absolut in Ordnung. Auch da gibt es verschiedene Anbieter und die können euch bis zu zwei, drei Jahre oder sogar fünf Jahre. Also Hans und Merkur macht fünf Jahre. Andere Anbieter machen eben zwei, drei Jahre. Wir empfehlen oft die Allianz Travel, die Würzburger und noch ein paar andere. Wie gesagt, auch da gerne einfach mal mit uns sprechen, wenn ihr da genau was haben wollt, was jetzt für euch die beste ist. Oder einfach auf YouTube schauen. Und ja, das sind die Reisekrankenversicherungen. Das sind aber eher für die Leute geeignet, die auch wirklich gemeldet bleiben. Gerade bei Abschluss muss man noch gemeldet sein. Manchmal, bei manchen Versicherungen muss man sogar die komplette Zeit auch weiterhin in seinem Heimatland gemeldet sein. Und das finde ich für die Leute, die wollen sich auch gar nicht abmelden. Und die planen auch wirklich zeitnah oder in den nächsten Jahren die Rückkehr in ihr Heimatland. Jetzt aber die Frage, was machen eigentlich digitale Nomaden und Auswanderer, die wirklich sagen, ich möchte dauerhaft raus ins Land, vielleicht innerhalb der EU, außerhalb der EU. Ich selber bin auch digitale Nomade, bin ja gerade in Costa Rica. Ich habe extra gesagt, ich möchte draußen filmen, hier im Dschungel. Ihr hört vielleicht auch schon die Vögel links und rechts. Ich hoffe, das Mikro kriegt es trotzdem, wenn ihr mich gut versteht. Mein Team sind selber auswanderer und digitale Nomaden. Wir wissen, als was wir reden. Und da ist meistens, wenn ihr sagt, ihr wollt wirklich rausgehen, habt ihr eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder ihr geht in ein ganz bestimmtes Land, wo es eine lokale, gute Versicherung gibt. Also vor allem wichtig, gute lokale Krankenversicherung. Oder ihr sagt einfach, ne, ich nehme eine internationale Krankenversicherung. Internationale Krankenversicherung sind nämlich ähnlich wie private, deutsche Krankenversicherung. Sprich, ihr könnt hier sogar Vorerkrankungen mitversichern, weil ihr auch eine Gesundheitsprüfung habt. Sie gelten dauerhaft, also bis zum Tod. Wenn ihr 120 Jahre alt werden, dann gelten sie bis ihr 120 Jahre alt seid. Ihr habt hier den großen Vorteil, es sind auch richtig gute Leistungen dabei von reinem Basisschutz. Ihr sagt, ich brauche nur Notfall, ein bisschen zu Premiumleistung. Wenn ihr sagt, hey, nee, nee, ich möchte auch wirklich richtig, richtig guten Schutz haben mit Check-Ups, mit allem drum und dran, auch Homeopathie etc. Ich möchte guten Zahnschutz haben, Implantate, Zahnreinigung. Ist alles möglich, gilt aber halt dann weltweit. Als wärt ihr halt wirklich privat krankenversichert, weltweit, muss man sich überlegen. Also richtig, richtig gut. Ihr sagt ja bestimmt, oh, das ist bestimmt richtig teuer. Nein, nein, ist viel günstiger als die privatdeutsche Krankenversicherung. Ich nehme mal mich als Beispiel, ich war vorher privat deutsch krankenversichert mit 3000 Euro Selbstbeteiligung und habe hier monatlich 350 Euro gezahlt. Ich bin jetzt international krankenversichert mit einer besseren Zahnleistung und 0 Euro Selbstbeteiligung. Kein Scherz. Und zahle nur 230 Euro. Also wo ist der Unterschied? Wie kann das sein? Es gibt mehrere Gründe. Einmal, es gibt keine Pflegeversicherung. Das gibt es einfach nicht im internationalen Bereich. Grund Nummer zwei ist, es ist einfach so, dass beispielsweise, wer in Deutschland seine Beiträge nicht zahlen kann bei der privaten Krankenversicherung, der ist trotzdem versichert und die anderen müssen ihn mittragen. Etwa 10 Prozent aller deutsch Privatversicherten können ihre eigenen Beiträge nicht bezahlen. Das ist bei den internationalen auch nicht so. Wer da nicht zahlen kann oder nicht zahlt, der fliegt raus. Das ist der einzige Grund, warum ihr großartig rausfliegen könnt. Es ist jetzt nicht so, ihr werdet zu krank, dann werdet ihr rausgeschmissen. Das gibt es nicht. Und ich habe zwar nur zahlungskräftige Kunden und natürlich die Leute, die in der privaten deutschen Krankenversicherung sind, die gilt auch für Österreicher, Schweizer übrigens, die gehen natürlich nur in Deutschland hin, wo es relativ teuer ist. Die auswandern digitalen Nomaden, die gehen halt auch in Länder, wo es günstiger ist in Deutschland. Deswegen können die besser kalkulieren. Und so kommen halt trotz gleich sehr guter Leistungen der günstige Beitrag einfach zustande. Also in der zweiten Krankenversicherung ist gerade für euch, wenn ihr sagt, ich möchte dauerhaft raus, auf jeden Fall die beste Lösung. Wenn ihr aber auch sagt, wir haben ganz viele Kunden in Zypern, die sagen, hey, ich habe zwar diese Gysi, also diese staatliche, die ist aber nur sehr klein, die bringt nicht so viel, ich möchte auch ein staatliches Krankenhaus. Das heißt, ihr könnt die halt trotzdem nehmen und könnt die internationale Krankenversicherung trotzdem on top packen, um einfach noch einen besseren Schutz zu haben, wenn ihr sagt, hey, das ist mir auf jeden Fall noch wert für meine Gesundheit. Auch hier ganz wichtig, hier gibt es ganz viele verschiedene Anbieter. Ich empfehle euch hier nochmal grenzenlos-sicher.de. Dort einfach mal oben bei Versicherung auf Krankenversicherung zu gehen, denn da seht ihr unsere fünf Top-Anbieter, unsere fünf empfohlenen Anbieter, wo wir auch sagen müssen, also 99 Prozent aller Leute, eigentlich 100 Prozent, die wir haben, passen in irgendeiner dieser Krankenversicherungen, in irgendeinem diesen Tarifen. Jetzt gibt es natürlich viele verschiedene Tarife, wir haben von Basisschutz, Premierschutz. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, schaut euch die fünf gerne mal an und ihr findet auch vor Ort den Rechner und den könnt ihr einfach mal ausprobieren. Das Schöne ist, in diesem Rechner habt ihr auch direkt unsere Sonderkonditionen hinterlegt, das heißt, diese Best Price Garantie, wir sind günstiger als der Anbieter direkt aufgrund unserer Größe und diese Best Price Garantie, die geben wir einfach jedem. Das heißt, wenn ihr sagt, ich möchte mit niemandem sprechen, ich möchte aber trotzdem gerne die 20 Prozent Sonderrabatt haben, je nachdem welcher Anbieter, dann könnt ihr das einfach tun, indem ihr einfach über diesen Rechner geht, dann seid ihr nämlich in unserem Rahmenvertrag drin und spart euch hier auch bare Münze. Wenn du übrigens schon eine innerzahle Krankenversicherung hast, dann kannst du auch einfach in unsere Rahmenverträge wechseln. Schreib uns da gerne, du verlierst keine Leistungen, die Versicherung geht nicht irgendwie länger, das sind keine versteckten Kosten, ihr spart euch einfach Geld aufgrund unserer guten Beziehungen zu den letztendlichen Versicherern, die wir haben. Geht da gerne mal die Leistung durch, ihr findet auch ganz unten auf dieser Seite, also auf grenzlos-sicher.de und dann oben auf dem Reiter Krankenversicherung. Alle Dokumente, alle Leistungsübersichten, die ihr euch gerne mal in der Ruhe durchlesen könnt, erfüllt ihr alle wichtigen Sachen, das sind aber trotzdem alles fünf Top-Anbieter. Wir haben auch dazu geschrieben, wenn Anbieter, ob es sich eher für Leute lohnt, die halt Premium-Schutz haben möchten, wie zum Beispiel Passportcard, oder eben Leute, die sagen, hey, mir reicht eigentlich ein rudimentärer Basisschutz, wie zum Beispiel BDAE oder die April International. Also all das, oder ihr wollt gerade für digitale Nomaden geeignet, zum Beispiel die Genki, das heißt, ihr findet wirklich zu jedem möglichen Fall, den ihr habt, dort die passende Lösung. Wenn ihr jetzt sagt, hey, wieso ist das alles kostlos, wie gewinnt ihr, keine Sorge, auch das findet ihr FAQ, letztendlich zahlt uns natürlich auch der Anbieter Provision, da machen wir kein Hehl draus, aber es wird nicht auf euch draufgeschlagen, wir nehmen ja auch dem Anbieter Arbeit ab, deswegen, man hat der Versicherer etwas weniger vom Kuchen, aber euch trifft das nicht und der Versicherer ist trotzdem glücklich, weil er eben einfach hier natürlich einen weiteren Kunden gewonnen hat und ihr seid bei uns auch in der Betreuung, sprich, wenn ihr Probleme habt, müsst ihr euch durch keine blöde Hotline ärgern, könnt ihr euch direkt schreiben und wir kümmern uns um euch. Deswegen auch hier nochmal der klare Hinweis, wenn ihr euch unsicher seid, ihr könnt das selber machen mit diesen Dokumenten, mit den Rechnern, wenn ihr jetzt wisst, ob Reisekrankenversicherung oder Internationale Krankenversicherung das Richtige ist, aber wir geben euch nochmal den Hinweis, sprecht gerne mit uns, wir beißen nicht und wir helfen euch super gerne und auch komplett unverbindlich weiter. Zuletzt möchte ich kurz sagen, die Internationale Krankenversicherung oder allgemein das Thema Krankenversicherung ist das Wichtigste, wir bieten allerdings auch noch weitere Versicherungen an im internationalen Bereich, wenn ihr Interesse habt, wir empfehlen ja eigentlich nur zwei Stück, das wirkt die Krankenversicherung und die private Haftpflichtversicherung, wir haben eine internationale Haftpflichtversicherung, also wir haben Lösungen für Schweizer, Österreicher und Deutsche und die Internationale Haftpflicht, die braucht eben keine deutsche Meldeadresse beispielsweise, sondern nur eine deutsche Korrespondenzadresse, das heißt, wir können diese wirklich auch weltweit zeitlich unbegrenzt nutzen, ist auf jeden Fall eine große Empfehlung, weil die gibt es schon ab 34 Euro nämlich und ansonsten können wir auch, wenn ihr sagt, ihr habt Interesse an internationaler Rechtsschutz, Unfall oder Berufsunfähigkeitsversicherung anbieten, die sind aber eher optional, ich empfehle euch wirklich Krankenversicherung, nehmt euch da Zeit, das ist wirklich sehr, sehr, sehr wichtig, die wechselt man noch nicht so oft und es gibt auch Haftpflichtversicherung, da gibt es auch nur die eine Lösung tatsächlich am Markt und die würde ich da auch empfehlen und dann habt ihr eigentlich alles, was ihr braucht. Ansonsten sprecht mit uns, wir freuen uns von euch zu hören, ich denke, ihr habt einen guten Überblick bekommen und deswegen ansonsten gerne, ja, freuen wir uns von euch zu hören, ansonsten viel, viel Spaß daraus, vielleicht sieht man sich mal irgendwo auf der Welt und bis dahin noch eine gute und vor allem sichere Reise. Na, wie hat dir das Video gefallen? Konntest du etwas Wichtiges für dein Leben lernen? Wenn du mehr über das Thema finanzielle Bildung erfahren möchtest, vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, entdecke mehr in unserer Playlist und vertiefe dein Wissen. Wissen ist Macht, aber Umsetzung führt zum Erfolg. Beginne jetzt mit deiner finanziellen Reise. Sichere dir noch bis zum 10.12. dein Reichtumspaket. Über 30 Online-Kurse zu einem einmalig niedrigen Preis. Verpasse diese Chance nicht. Wir wünschen dir viel Erfolg und alles Gute auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit und Wohlstand. Bis zum nächsten Mal.